Moin Freunde, ich bin Sven, der Invest-Ingenieur. Heute rösten wir das Depot von einem BWL-Studenten. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine Meinung und Abfahrt. Ja, und da sind wir hier auch schon beim Depot. Momentan Depotwert bei 80.500 Euro, 38 Holdings, zwei Asset-Klassen sind vorhanden. Und er hat auch mal etwa diesen Wert, naja, etwas mehr investiert und zwar 82.000 Euro. Das heißt, wir sehen hier auch schon, es gibt Kursgewinne bzw. Kursverluste, genauer gesagt, Buchverluste von 1.600 Euro, gute 2%. Realisiert hat er auch ein paar Gewinne von 900 Euro und es gab 600 Euro als Dividenden. Wenn wir uns jetzt die Performance anschauen, dann sieht die erstmal gar nicht so gut aus. Seit 2020, seit dem März, ist der Gute dabei und hat eine Performance von 1,52% erzielt. Das ist quasi Null. Das ist eine Seite zur Währung. Das ist nicht schön. Seine Strategie besteht darin, dass er einen festen Anker hat aus einem, ja, aus einem weltweiten passiven Portfolio. Dazu einzelne Dividendentitel und damit sollte die Performance zumindest deutlich nähert am MSCI World, ja eigentlich zwischen MSCI World und dem Vanguard FTSE All World High Dividend liegen. Das tut sie nicht. Das heißt, die Performance ist hier ehrlich gesagt erstmal eine Katastrophe auf lange Sicht. Jetzt gucken wir mal ins letzte Jahr rein und da sehen wir schon, dass das Ganze deutlich besser wird. Und hier sehen wir, hier wird das Ziel dieser Strategie erreicht. Denn was ist nun im letzten Jahr passiert? Dividenden haben deutlich besser performt. Der MSCI World deutlich schlechter. Was macht er? Er kombiniert beides. Es muss also irgendwo dazwischen im No Man's Land liegen und hier sehen wir auch, das tut er an der Stelle. Das heißt, das, was das ein bisschen rettet, Anfang, ne, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist hier auch an der Stelle passiert. Am Anfang vielleicht der eine oder andere Fehler und jetzt letztendlich hinten raus stimmt diese Performance. Das erstmal so weit, so gut und das rettet das aus meiner Sicht und relativiert das auch ein bisschen wieder. Wir gucken nochmal trotzdem hier in Seite den Kauf quasi das Schattenbild an und dazu mache ich nochmal die ETFs hier, beziehungsweise die Referenzen an der Stelle aus. Und hier, naja gut, es war schon mal deutlich besser. Hier fast 33% der Plus, aber insgesamt momentan zumindest ist er noch im Grün und das ist ja auch mal eine positive Erkenntnis an der Stelle. Springen wir jetzt in die Analyse der einzelnen Werte und gucken mal, ob wir hier auch nochmal so ein paar Baustellen finden, ob das deutlich besser wird. Seine Strategie, ich habe sie erwähnt und wir gucken mal, wie er die umsetzt. Fangen wir erstmal an mit den einzelnen Werten. Ganz vorne hier MSCI World hier mit 26%. Dann hier haben wir ein Emerging Markets mit 10%. Ja, ist nicht ganz. 70, 30 würde ich sagen, aber das passt. Kann man ja ein bisschen verteilen, auf wie man möchte. Und hier noch ein MSCI World Small Caps. Insgesamt die dann also hier bei 26, 36, 36 und 7 sind also 43%. Das ist ordentlich, das kann man so machen. Dann hier noch so eine kleine Sektorwette mit dazu mit dem L&G Artificial Intelligence hier mit 6%. Dann sind wir, hier haben wir ja fast die 50% auch voll. Also hier eine ganz schöne Batterie an ETFs an der Stelle. Ja, dann kommen wir zu den Einzelwerten. Hier Tellurien, ich glaube im Bereich Erdgas sind die unterwegs. Als erstes Unternehmen. Dann Unilever, SAP, Exxon, Waste Management, Johnson & Johnson, Allianz, Microsoft, Coca-Cola, Procter & Gamble, LVMH, Kimberly Clark, McDonald's, Altria, Deutsche Post, Visa, Jardin, Madison, Jardin, Madison, keine Ahnung, ob das jetzt Englisch, Französisch oder so ist, kenne ich nicht. 3M, Target Group, Diageo, kann ich mal nicht aussprechen, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht. Wer weiß, wie man den Namen ausspricht, schreibt es mal in die Kommentare, dann weiß ich es für das nächste Mal. Mac, Cormac ist dabei, Colgate, Palmolive, Kraft Heinz, Intel, Pfizer, Cleanoville, British American Tobacco, PayPal, Deutsche Post, Walt Disney, Meta, Mutaris, kenne ich auch nicht, ich glaube irgendwas deutsches, Siemens Energy und Online Blockchain. Also hier keine großen Überraschungen drin, fast alle solide Werte, Mutaris kenne ich jetzt nicht, Online Blockchain. Ja, also so ein paar fallen da vielleicht raus, aber insgesamt solide, auch hier gut verteilt. Hier dieses Tellurien, hat er gesagt, ist eine Wette gewesen, die ist damals eingegangen, sehr stark im Plus, das Ganze auch verkauft, die Position besteht nur aus seinem Gewinn. Also hier insgesamt solide Strategie geht an der Stelle auch so auf. Was man noch machen könnte, ist natürlich die Werte unten etwas höher gewichten, dass das noch besser verteilt ist. Aber das insgesamt sehr solide Strategie gefällt mir so auch. Eine Sache wollte ich nochmal zeigen an der Stelle, die ich noch ein bisschen auffällig fand. Beziehungsweise, was heißt auffällig, die einfach nochmal erwähnenswert ist. Wir sehen eben auch, dass breit gestreut ist und hier zeigt sich, warum auch das Diversifizieren so sinnvoll ist. Denn dieser L&G Artificial Intelligence ETF, den er mit dabei hat, der ist einfach mal 1000 Euro Minus. Wenn ich jetzt All-In sagen würde, nur auf dieses Ding setzen würde, das nicht vernünftig verteilen würde, sondern sagen würde, ja komm, ich kaufe jetzt einfach Dividendenaktien und setze auf die andere Seite rein in diese Sektorwette. Ja, dann wären das hier nicht 1000 Euro, sondern vielleicht 3000. Und dieses Diversifizieren, das zeigt sich eben hier ein paar von den ETS performen momentan nicht so gut. Der MSCI World hat gut performt und das gleicht sich einfach auch wieder ein bisschen aus. Genauso wie es sich hier ausgleicht, seine eine Aktie, auch wenn es eine Wette an der Stelle war, die hat sehr, sehr gut eingeschlagen. Die gleicht Verlust an anderer Stelle wieder aus. Und hier zeigt sich eben gerade bei den Aktien, ja ein paar sind stärker im Minus. Hier Siemens Energy, vielleicht auch mal 500 Euro. Aber es sind eben auch welche deutlich im Plus. Und hier zeigt sich einfach wieder, Diversifizieren ist aus meiner Sicht einfach richtig und wichtig. Ja, letzter Punkt an der Stelle, wir gucken mal in seine Dividendenentwicklung. Wir sehen hier der Mai, gut, sehr, sehr starker Monat. Okay, dann da zeigt sich Mutaris hier scheinbar dann deutscher Wert, weil eben hier genau da diese hohen Dividenden kommen. Insgesamt, wenn wir das mal anschauen, hier eine schöne Entwicklung, schöne Steigerung zum Vorjahr. Und da ist eben wünschenswert, dass das Ganze auch so weiter erfolgen wird und erfolgen kann bei dir. Ja, damit zu meiner Bewertung. Ihr kennt die Kriterien Performance, Diversifikation, Strategie und Titelauswahl. Ja, Performance, sorry, aber da kann ich nur zwei von fünf Punkten geben. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind das null von fünf Punkten. Ich gebe aber nie null, ich gebe eigentlich immer nur ein, mindestens ein, weil, naja gut, du warst zumindest ein Plus. Und der zweite kommt dazu, weil sie einfach auf die Jahressicht deutlich besser ist. Du hast was umgestellt, du hast was verändert, das hat die Performance verbessert. Und wenn du, glaube ich, diesen Weg so weiter gehst, dann wird deine Performance sich auch immer weiter annähern. Dann würdest du irgendwann den dritten und auch den vierten wahrscheinlich bekommen. Diversifikation, ja, hier vier von fünf. Mein Meckern war mal wieder auf allerhöchstem Niveau. Bisschen besser verteilen kann man das noch. Aber das Portfolio ist wirklich gut diversifiziert und wirklich schön gefällt mir auch diese Strategie. Ja, ich weiß, ich fahre eine ähnliche Strategie und dann bin ich vielleicht auch nicht ganz objektiv an der Stelle. Aber es ist eben so, es steht meine Bewertung und damit ist es automatisch etwas subjektiv. Ich bin ein großer Freund davon, diese Strategien zu machen mit einem schönen Anker hier. Und der muss jetzt auch nicht, wie in deinem Fall hier, fast 50 Prozent sein. Reicht auch 20, 25 Prozent, aber der Anker ist da. Dazu eben dann so die Einzelwerte. Das finde ich sehr gut. Das ist eine tolle Strategie. Solide Titel mit dabei. Das ist hier der letzte Punkt. Titelauswahl gefällt mir auch gut. Ja, vielleicht hätten wir auch hier nur drei geben können. Aber ich war jetzt gnädig, so nachdem ich bei der Performance so hart war. Titelauswahl, alles solide, bekanntere Titel mit dabei. Finde ich auch in Ordnung. Insofern hier vier Punkte und trotz der schlechten Performance rettest du dich dann hier noch mit 14 Punkten ins Ziel. Also insgesamt Abschlussfazit solide, weil du, und das muss man so nochmal betonen, das ist hier das große Lob, du hast das Problem erkannt, du hast es umgestellt und damit ist das Ganze deutlich besser geworden. Und deswegen zum Abschluss auch mein Fazit. Ich wünsche dir, dass du diesen Weg so weiter gehst. Und aus meiner Sicht wird der erfolgsversprechend sein. Ja, wie seht ihr dieses Depot? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn du dein Depot geroastet haben willst, dann schau gerne nochmal in die Beschreibung vom Video. Lad es bei Parket hoch, schick es mir per E-Mail oder bei Instagram als Direct Message. Gerne noch mit zwei, drei Sätzen dazu, was deine Strategie ist. Dann kann ich das viel besser einordnen. Und wenn du Parket buchen bzw. kaufen willst, das Ganze gibt es ja auch komplett kostenlos, nutzt den Code, der im Video verlinkt ist, dann kriegst du noch einen kleinen Rabatt mit dazu. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.